Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich glaub dafür bist du noch nicht bereit, dass ich dich ausseil annehmen. Du mich oder ich dich? Ich dich, ich vertraue mir. Elli allgemein als Gesamtpaket ist schon brutal. Komm, komm. Was komm? Du bist fertig. Und zieh mich um und ich rede dann mit Steffi. What? Ich rede noch ein bisschen. Ich musste doch mit Steffi reden. Bist du zu dumm? Was ist das? Wollen wir reden? Haben dich deine letzten drei Gehirnzellen verlassen? Hä, du bist doch alles gut? Nee. Echt jetzt? Nee, gar nicht. Was ist passiert? Genau jetzt musst du mit deiner Ex-Freundin sprechen. Wollen wir gleich noch mal reden? In Ruhe? Wem willst du eigentlich verarschen? Nicht ganz bestimmt nichts. Nicht vorne, nicht hinten, nicht links, nicht rechts. Okay, ganz einfach. Du bist oben mit Mia, hast mit mir eine Stunde eine schöne Zeit verbracht und genau jetzt musst du mit Steffi reden. Das geht gar nicht. Bin ich im falschen Film oder was? Bin ich im falschen verfickten Film? Ja. Reicht mir jetzt, komm mit. Wir haben einen Tag. Wir sehen uns mal hier. Und das, das ist doch einfach... Vielen Dank.